Was ist die Verlaufsform der Depression? Die typischen Verlaufsformen der Depression sind derart, dass es meistens schon einen erkennbaren Anfang und ein erkennbares Ende hat. Die Verlaufsform unterscheidet sich dann sehr durch den Schweregrad. Ansonsten können die Episoden natürlich auch sehr unterschiedlich lang sein. Eine Depression kann leider eine sehr langwierige Erkrankung sein. Sie kann relativ akut und fulminant verlaufen, aber auch einen chronischeren Verlauf nehmen. Auch unbehandelt endet in aller Regel, leider gibt es Ausnahmen, aber meistens endet die Depression auch von selbst wieder. Das kann aber monatelang dauern. Wenn sie entsprechend behandelt wird, dauert es entsprechend kürzer. Man muss aber schon sagen, dass bis eine Behandlung anspricht, zwei, drei Wochen zu veranschlagen sind. Nach drei bis vier Wochen sollten sie sich dann schon deutlich besser fühlen und wieder einiges von ihren Fähigkeiten zurückgewonnen haben, bis sie sich ganz wieder wie der oder die Alte fühlen können, schon so zwei Monate vergehen. Sollte diese Besserung in den ersten drei, vier Wochen nicht eintreten, ist es auch kein Grund zu verzweifeln. Es gibt viele, viele Behandlungsoptionen und dann muss man einfach einen anderen Weg einschlagen. Die Behandlung einer Depression aufgrund eben dieser Langwierigkeit und dadurch, dass sich auch durch, egal ob es jetzt Psychotherapie, Gespräche oder Medikamente sind, das Gehirn natürlich nicht von einem Tag auf den anderen reagiert, braucht leider viel Geduld von den Betroffenen, von ihrem Umfeld, aber auch von uns Behandlern. Und man muss einfach dranbleiben, denn fast allen Menschen kann man wirklich sehr gut helfen, aber es dauert manchmal seine Zeit. Was ist das Risiko? Das eine Risiko ist, dass es nicht erschöpfend behandelt wird. Das heißt, wenn man sich zu früh mit einer Besserung zufrieden gibt und mit der Behandlung zu früh wieder aufhört, dann ist das Risiko des Wiederauftretens ein sehr großes. Wir sprechen von einer Remission, wenn alle Symptome verschwunden sind und dann sollte man die Therapie noch eine Weile fortsetzen. Die Arzt wird Ihnen sagen, wie lange. Wenn noch Restsymptome da sind, zum Beispiel wenn die Schlafstörung weiter besteht oder eine starke Unruhe noch weiter besteht, ist das Risiko für einen Rückfall einfach ein höheres. Das heißt, das muss man wirklich immer schauen, dass man die Behandlung und auch die Weiterbehandlung auch nach dem Abklingen der Symptome ausreichend und gut gestaltet. Ein Risiko, über das wir hier sprechen müssen, ist natürlich auch das Suizidrisiko. In Österreich sterben immer noch dreimal so viele Menschen durch Suizid wie durch den Straßenverkehr. Aber es ist in den letzten Jahrzehnten enorm besser geworden. Das heißt, in allen Bundesländern gibt es Suizidpräventionsprogramme. Man unternimmt wirklich viel. Aber im individuellen Fall können Suizidgedanken schon auftreten und die sind auch nicht immer gleich brandgefährlich. Das heißt, wenn Betroffene mal darüber nachdenken, wenn das immer so weitergeht, würde ich eigentlich nicht mehr gerne leben, ist das eigentlich ein nachvollziehbarer Gedanke. Scheuen Sie sich nicht darüber zu sprechen. Wenn diese Gedanken häufiger werden, drängender werden, konkreter werden, ist auf jeden Fall wirklich Grund für professionelle Hilfe und das möglichst schnell. Suizidalität ist nie eine Einbahnstraße, sondern ein suizidaler Mensch ist in einem Ambivalenzkonflikt. Er möchte ja leben und wieder gesund werden, sieht sich aber nicht drüber aufgrund des momentanen Zustands. In diesem Zustand braucht ein Mensch auf jeden Fall Unterstützung und professionelle Hilfe. Und die Angehörigen sollen sich nicht scheuen, auch danach zu fragen, hast du manchmal Gedanken, dass du nicht mehr leben möchtest und einen offenen Diskurs darüber führen. Man braucht keine Angst haben, dass man jemand danach fragt und ihn dadurch erst auf die Idee bringt. Die Gedanken sind in der Regel dann schon da und man sollte dann eher sich darauf konzentrieren, die angemessene Hilfe zu organisieren. Therapie kann sehr vielfältig ausschauen. Jeder bekommt seine maßgeschneiderte Therapie. Das können Medikamente sein, die ab mittelschwerter oder schwerer Depression eigentlich immer eine Rolle spielen, die bei der Symptomerleichterung helfen. Es kann Psychotherapie sein, es können unterstützende Gespräche sein, es können Gruppengespräche sein. Also vielfältig und meistens eine Kombination aus all dem. Die Therapie kann ambulant gemacht werden. In schweren Fällen kann eine stationäre Therapie, wo das alles sehr fokussiert angeboten wird, der richtige Weg sein. Die Therapien sind alle wissenschaftlich evaluiert und bieten sehr gute Chancen, dass eine Heilung eintritt. Das heißt, die Depression gilt als eine zwar nicht schnell zu behandelnde, aber sehr gut zu behandelnde Erkrankung. Also unbedingt eine Behandlung anstreben. betrachtet, eine politische Anstaltungen zu gesteben. Ihr habt die Häuser bei ihr in die Kultur,